während andere kinder in den schulen sitzen ganz meine tochter am meer und ich weiß nicht ist das gut oder schlecht die zeit wird es zeigen dafür kenne ich antworten auf meine zwei wichtigsten fragen hast du freude im leben ja hast du freude deinem liebsten menschen geschenkt ja das ist ein wahnsinniges gefühl dass ich immer noch nicht weiß wo wir heute übernachten und in welches land fliegen wir morgen unser häuschen ist sehr klein da gibt es nur ein bett und einen nachtfisch dafür ist das meer voller fischer verschen ihm und ihnen liebsten Bis zum nächsten Mal.